Jetzt sind wir wieder hier. Ich hoffe der Schlüssel ist hier richtig. Wir können das doch kombinieren, um ein bisschen Platz zu schaffen. Ich finde nur noch einige Schachfiguren und Dinger. Ja, vielleicht springen wir es durch. Und um die Treppe. Wenn wir da irgendetwas machen mit. Im Turm stecken wir. Das ist ja die Premiere, die das wohl nix machen können. Spezialwaffenkasten. Und testen. Ah ja. Unspannend wird es hier nicht. Okay, hier kommen wir irgendwie nicht rüber. Das ist ja noch eine Maschina-Bomb. Abonnieren wir den Platz. Okay, wir stehen jetzt hier. zurückgehen Trommstück erhalten, dann haben wir erhalten. Wir brauchen wahrscheinlich noch mehr von den Dingern. Irgendwie befürchte ich das. Ich bin ein Schwerpunkt. Ich bin ein Schwerpunkt. Ich bin ein Schwerpunkt. Was ist denn der Hammer-Prumm? Oh, bitte, nein. Oh, no. Ah, fuck. Welcome back. Scheiße, Mann. Mit einer Polizeistation. Love it. Was suchen wir hier? Und was, was, was wollen wir hier? Warum sind wir wieder eine Polizeistation? Um die anderen Figuren zu finden? Nur da. Hä? Okay. Guck mal bei uns. Gießfach Terminal. Tresor. Was wollen wir hier? Ach, fuck. Kann ich die Tresor da irgendwie öffnen? Puh. Vielleicht ist irgendwas verpasst. Jetzt Schüsse haben wir nicht, können wir nicht haben. Schließwicklerung, da können wir jetzt... Da könnten wir jetzt das Ding verwenden. einen Knopf. Ich war so froh, hier raus zu sein aus dem Loch. Ich vermisse ich das doch bestimmt jetzt wieder hier oder nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin froh nicht, euch wieder zu sehen. damit die letzte taste zurück Sekunde, ich muss hier mal wieder jemanden blockieren Das passiert in meinem Stream öfters, wenn es der Zeit aus den Idioten kommen und hier ein Scam Nachrichten reinschreiben Die Zeit der Scam ist genial Ein Messer 1,0,3, 2,0,3 können wir noch mal Mein Munitionsplatz Ein Messer Ist die hier reinkommen oder was? Mehr Munitionsplatz Mehr Munitionsplatz Die große Wummer raus Verdammt Nachladen Verdammte Scheiße Geht doch jetzt hier nicht drauf Was gibt es jetzt hier noch zu tun? Dunkelkammer Dann wahrscheinlich das Passwort für ein Tresor So Und zum Käse Ich brauche hier wieder zurück Das war so ein Fest als wir wieder nicht raus waren durch die Versteck Um jetzt hier zurück zu kommen Versteck Ok Beruhe Ein W-Scheim-Telefon Ein W-Scheim-Telefon Ein Zettel mit Stiften Und ein großes Radio mit Verbechern Ok Geht uns das jetzt hier einigermaßen Ruhe Das habe ich Mr. X noch nicht gesehen Ein großes Radio Verbechern Können wir es einfach so Ausprobieren würde ich es nicht so lange dauern Ich finde es nicht so lange dauern Was ist es nicht so lange dauern? Scheint ja richtig zu zahlen. Verdammt. Ah, okay, aber noch nicht. Okay, es geht noch aus. Genau so. Ja, schön für uns. Mehr Mutanplatz. Das war jetzt sehr wichtig. Ich kann mal ein Becken. Was machen wir hier? Ich werde mal zu wenig haupt haben, oder? Schön, dass wir hier noch Sachen finden konnten. Ich werde jetzt schütteln, dass ich aber gerade nicht wirklich froh. Da geht es keine Sätze um das Gehörer weiter. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verlaufen. Wir müssen nach wie vor Schachtfiguren finden. Ja. 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 Ok, zur Polizei sollten wir hin. Einen Schachfigur habe ich noch nicht gefunden, da bin ich irgendwie dran vorbeigerannt wahrscheinlich. Wo finden wir die denn jetzt? Jetzt sind wir hier im Pausenraum. Im Arbeitsraum ist noch was unten gibt es. Im Arbeitsraum. Super nehme ich. Das Steuerraum ist noch nicht leer. Das sollte man vielleicht mal hin. Im Vorratsraum waren wir wohl noch nicht. Sollten wir da mal hin. Das Ficht haben wir zum Glück schon besiegt. Oh Gott. Einfach nach leeren Stellen suchen. Ah. Liegen bleiben. Nein, da waren wir nicht lange. Mal wieder runter in die Türke. So, wir gehen noch nicht rum. Ach du Scheiße. 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 Ach du Scheiße, da gibt es noch mehr davon. Ach du Scheiße, ich habe nicht mehr Bekleidung dabei. Das muss ich mal vom Acker machen. Ich habe keine Erinnerung, leider nicht. Das ist schlecht. Ich habe keine Vergiftung. Jetzt haben wir das mal nötig. Okay. Das hat jetzt was genau gemacht. Dass wir den Turm da reingesteckt haben. Aha. Königin. Eine zweite Scharffigur. Guck mal, wo ist die dritte? Ja. Oh. Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht mehr tun haben. Ah, ich vergüfte ihn. Ich habe das nicht mehr Zeit. Hmm. Passt der nicht rein? Ich glaube, das wäre schon was Nices. Hier gibt es auch Heiden. So kommen wir hier aber nicht weiter. Wir kriegen das noch und wir mitnehmen. Oh, der König. Wenn wir jetzt hier herunter springen, dann haben wir die drei Teile. Wir müssen nur hier und wieder rauskommen. Hm. Wir machen das jetzt am dümmsten. Jetzt hätte ich noch keinen Zombie gesehen. Die Spreen würde ich auch schon wieder mitnehmen. Das wäre zu einfach. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Okay. Wir gehen nochmal hier rein, also wir brauchen auf der anderen Seite noch wieder. Ich bin zu dumm für dieses Rätsel. Kannst du nicht mal liegen bleiben. Komm, jetzt wieder raus. Okay. Irgendwas übersehe ich doch hier. Da haben wir den Sticker hier. Ah, hier muss der King rein. Aber wir kriegen heute wieder. Oh, Flammenwerfer. Sehr schön. Unlock this. Ähm. Nicht doof. Wir müssen es schaffen, die Queen mitzunehmen. Ach, Mennoe. Ja. Ich bin zu dumm für dich, Rätsel. Wait, da steht King drauf, glaube ich. Fällt zu. Ah, hier muss der King drauf. Hoffentlich dieses Ding. Dann kommen wir hier in einen Kreis rein. Die Queen rausnehmen. Dann kommen wir hier mit dem König wieder raus. Dann wird zwar jetzt die Heilung noch nicht mitgenommen. Eine steht hier. Haben wir nötig. Können wir es benutzen? Nein. Es soll es kombinieren. Juhu. Jetzt müssen wir noch zurück zu dem Rätsel. Auf schnellstem Wege am besten. Okay, ich gehe wieder rein. Natürlich, jetzt haben wir die Kameraden hier wieder. Können wir dem irgendwie entkommen. Ja, ich gehe wieder rein. Dann darf ich das nicht. Ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein. Ich gehe wieder rein. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich komme. Wo soll ich eigentlich den Flammenwerfer? Ich bin doch schon fast da. Oder nicht? Äh, warte kurz, warte kurz. Ich muss irgendwie in die Leiter kommen. Wie ist da drüben? Ach du Scheiße! Lass mich jetzt nicht da umgehen. Unnötig, vorher nicht so verständlich. Ich bin doch nicht da. 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 Ich bin doch nicht da, manенный.